Gehen wir den Doggo noch mal frei. Lassen wir den Doggo wieder an. Macht eigentlich das leichter, wenn wir halt Bandide bei uns... Ah, das sind die neuen Hydraulischen. Was zum To... Es ist schon wieder passiert! Klipp! Es ist schon wieder... Mann, jetzt haben wir schon drei Autos. Schon wieder dupliziert. Wie?